Herzlich Willkommen bei Paifers an der schönen Untermosel. Ich freue mich Sie begrüßen zu dürfen und möchte Ihnen gerne jetzt einen kleinen Einblick in unser Mosel Hotel und Restaurant gewähren und vielleicht kommen Sie einfach mit. Wir sind ein Familienbetrieb, der in der dritten Generation geführt wird. Unser Haus liegt direkt an Wald und Mosel. Wir bieten 25 Hotelzimmer für unsere Gäste mit Balkon zum Wald gelegen und Balkon zur Mosel gelegen. Davon sind 23 Doppelzimmer inklusive Bad, Dusche, WC, Telefon, Fernseh und WLAN-Zugang. Wir haben zwei Einzelzimmer, die auch ausgestattet sind wie unsere Doppelzimmer. Gerne bieten wir aber auch die Doppelzimmer als Einzelzimmernutzung an. Ein wichtiger Bestandteil unseres Hotelbetriebes ist natürlich die gute Hotelküche, die nicht nur in der Region bekannt ist, sondern auch bei unseren Stammgästen. Gebucht wird unsere Hotelküche auch gerne für Veranstaltungen, nicht nur auf der Außenanlage, sondern auch für Feierlichkeiten im Innenbereich. Wir haben einen großen Bankettsaal für Feierlichkeiten oder auch für Tagungsveranstaltungen. Das Restaurant ist ein à la carte Restaurant. Gerne bieten wir aber auch für Langzeitgäste unsere Heilpension an. Unsere Küche ist in der Region bekannt auch hauptsächlich durch unsere Wildspezialitäten, die wir natürlich anbieten aus eigenem Revier, was direkt an Grenzen an unser Hotelbetrieb gelegen ist. So wandert das Wild natürlich aus dem Wald direkt in unseren Kopftopf. Mit unserer Zentralanlage an Wald und Mosel oder zwischen Koblenz und Kochum oder Eifel und Hunsrück sind wir ideal gelegen für den Ausgangspunkt, um jegliche Aktivität zu erreichen. Die neu eröffneten Traumschleifen und Traumpfade, die ja schon seit längerer Zeit in unserer Region bekannt sind, liegen direkt in unserem Umkreis und praktisch gesehen können sie hinter unserem Haus direkt loswandern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben auf unser Hotel und Restaurant an der Mosel. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich selber davon überzeugen würden. Und vielleicht heißt es ja auch schon bald bei Ihnen, wir fahren zum Pfeifers.